Kapitel 9, im Schatten des Wals. Mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall, was war das? Die Rose im Auge behalten, nicht? Irgendwas mit Rosen. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Psst, da ist die Stadtmauer. Okay, mal leise sein jetzt. Los, kein Krach machen. Nicht, dass die uns noch... Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Super. Ich meine, war ja zu erwarten, oder was? Oder nicht? Ja, gehen wir. Wohin? Hier durch? Achso. Ich darf nicht zu dicht dran sein, ne? Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Geben muss die größte Mühe. Okay. Lass mal kurz umschauen. Haben wir noch was zu finden? Irgendwas Tolles? Nee. Na gut. Diese Leute, sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hierbleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die Letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Tja, wenn wir das wüssten. Ähm, kommen wir hier weiter rauf? Ja. Ja. Lass uns erst mal hier so ein bisschen da sein, wie noch Krams. Kiegt einer an da. Da war noch Alkohol und ach, super. Das brauchen wir alles für, für unseren Krams. Herstellung. Geschosse Ingwer. Das könnten wir noch herstellen, aber wir haben es noch. Wir haben es noch. Wir haben es noch. Was haben wir denn noch hier? Ähm, der Beutel. Uns fehlt Leder noch. Uns fehlt noch Leder. Und eine Werkbahn natürlich, ne? Was, ich komme hier mit durch? Ne, kommen wir nicht. Okay, gehen wir weiter. Da kommen wir natürlich auch nicht rein. Fackeln brauchen wir noch nicht, weil wegen, ne, Ratten. Aber die kommen bestimmt früher oder später. Gehen wir davon aus. Ähm, warte mal. Ist hier noch was? Bloß die Ecken nicht vergessen. Da drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das Licht gefällt dir nicht. Okay. Ähm, da ganz hinten sollen wir hin. Na super. Wie machen wir das denn am besten? Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Du schaffst das. Genau. Und, ähm, ich führe dich auf den rechten Wege. Warum immer in den Keller? Hey, ihr da drin. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Tum, wir warten noch ein Passat. Tum, wir warten noch ein Passat. Verdammte Bourgeoisie. Okay. Da kommen wir auch weiter runter. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Das ist die Frage. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Oh, großartig. So, was habe ich jetzt? Wie viel haben wir? Die Tasche könnten wir verbessern. Wir wollen aber das hier verbessern. Wir brauchen auch Leder. Und vor allen Dingen brauchen wir. Wir brauchen unbedingt eine Weltbank irgendwo. Und ich frage, wo sollen wir hin? Ach, du Brillehort. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet. Oh, mein Gott. Hat jemand was auf mich geschmissen? Wo bist du? Nein. Nein. Mist, ich war zu langsam. Nein. Ich war zu langsam. Sorry, Leute. Okay, also das heißt, nicht draufschmeißen. Ich dachte, ich könnte seine Lampe kaputt machen, aber das geht nicht. Weil das ja alles voll Ratten ist da. Es geht leider nicht. Warte mal, können wir da... So. Wir kommen... Ach doch, da vorne. Warte mal. Naja, warte mal. Ist das nicht... Das hier was zum Anzünden, ne? Ich glaube, das war zum Anzünden. Ähm, nee, es geht nicht. Worum ich? Oh. Oder ist das doch das Teil? Irgendjahr. Genau. Warte mal, was da weg ist. Wir wollen ja gleich nicht... Wir wollen ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Warte, ich weg. Das liegt mir besser an. Ja, also guck mal lieber nach. Verschwinde! Hau ab! Nichts zu berichten. Oh Gott, das wäre die Frage ist, wo verstecken wir uns? Das ist ja furchtbar. Ich muss ihn eigentlich hinterher, ne? Wenn der abhaut. Sobald er sich umdreht... Müssen wir da hinterher. Ach, super. Naja, ist zu spät. Wir können uns da nicht... Wir können da nicht... Was geht jetzt? Ist er fertig? Wie? Ist er hin? Nein! Äh... Das Zeug, da brauchen wir mehr von. Nein, wie cool ist denn das? Super. Na gut. Vielleicht hätten wir es auch nicht gebraucht. Aber egal. So. Wir müssen wahrscheinlich weiter. Alter, das war aber knapp. Mein Lieber Mann. War das knapp. Du lässt mich entreden. Hau ab! Scheiße! Wir müssen nun bei all den Arten hier in Ruhe die Sachen durchstürmen. Hast du doch diese Verwaltung nicht genau, was Herr Nikolaus mit Frieden darin anstellt. Ha! Der rote Münch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche Weg. Meine Frieden, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus. Plündergeschichten? Sag mal, wie sollen wir denn hier eigentlich vorbeikommen? Rät er da jetzt wach, oder was macht er da? Warte mal, wir können ihn ja weglocken, ne? Oder? Mal auf Steine. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Genau, guck mal nach. Vielleicht doch nicht. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Oh. Ähm, was haben wir denn noch Feines? Ähm. Lass mal lieber nach. Wenn er jetzt hier weggeht, dann kommen doch die Ratten wieder, ne? Oder nicht? Dann könnten wir doch weiterschleichen bis da vorne. Hey, da schon wieder. Eine Sekunde. Ist er noch da? Er schaut noch. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo wir durch müssen. Höchstwahrscheinlich hier längst, oder? Na, Prickel. Ist das überall so? Ach, mein Gott. Ist ja nicht schon was... Warte, was ist hier? Oh, da liegt ein Kram. Oh. Nehmen wir doch mit. Okay. Da können wir zur Not hoch, wenn das sein muss. Alter, von ist das spannend. Meine Güte. Was ist das? Ist das ein Taube, oder ist das da vorne? Können wir hier rein? Ne, hier ist wahrscheinlich nicht. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Oh. Ja, nicht mehr. Er ist, äh, sozusagen... Bleib mit dir. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein. Das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Ja, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh Herr, Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Er ist ansteckend. Warte mal, füllen wir hier noch was? Ist ja nicht unmöglich, dass hier nochmal rumliegt. Ne. Leider nicht. Na gut. Gehen wir hier rein. Oh Gott. Na, perfekt. Wir brauchen Licht in der Hütte. Wir brauchen Licht. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Oh. Hey, was machst du da? Bist du gerückt? Oh Gott. Das will. Ich dachte, sie springt auf den Tisch. Ich dachte, sie springt auf den Tisch. Warum rennt sie denn? Warum springt sie denn darüber? Den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Tut mir leid. Oh. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Okay, wir haben nicht den Kommissar durch. Sind ja gerade beschäftigt die Jungs nicht. Jetzt haben wir ihn noch. Da liegt noch jemand. Oh. Wann nimmt das endlich ein Ende? Oh mein Gott. Ja, wann nimmt das ein Ende? Da können wir weiter. Okay. Was ist ein Irrgarten? Sie wurden alle hingerichtet. Ach, du grüner Gott. Warum habt ihr das bitte? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier bei der Befehle des Raffes. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man nicht geblieben. Ohne sie sind wir nicht besser als ein Grat. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte dich festnehmen, aber nicht mit mir. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Super. Hier ist endlich nach unten. Okay. Da ist noch ein Hundi. Können wir da rüber. Warte mal, hier sind noch Steine. So. Da kommen wir nicht weiter. Super. Warte mal, können wir hier rein? Oh ja. Da ist mir noch gar nicht. Ist ja. Wie soll ich nur lang? Vielleicht unter den Galgen durch. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber lass uns erst mal rein. Verschlossen. Alter Gott. Glück gehabt. Glück gehabt. Sonst hätte man da durch müssen. Warte mal, ist da noch was? Aber ja doch. Warte mal, was können wir noch... Was haben wir jetzt hier? Leder. Uns fehlt immer noch Leder. Mein Gott. So, was haben wir hier? Was sind das für Zeugs? Ich kann Ratten eliminieren. So, das ist gut. Okay, lass mir so. Warte mal, wir müssen wir nehmen. Gut. Unter den Galgen durch. Ich meine, das ist super, dass die uns auch ein bisschen Stütze gibt. Ein bisschen Hilfe. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss die ablenken, wenn ich da durch will. Äh, ja. Und wie am besten? Ich würde sagen, wir haben Futter geben, ne? Warte, das ist jetzt nicht eine Möglichkeit. Die Frage ist... Achter. Nee. Oh, was war das? Was haben wir da gemacht? Nein! Den Stein. Gut. Ganz ruhig. Alter, ist das... Das klebt. Das klebt. Widerlich. Voll deibel, ist das widerlich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Muss auch mal. Da ist noch wieder was zum antreten. Ein Helm abzunehmen. Da sind wieder die Dinger, so. Ihr Drecksviecher. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Ich frage jetzt, wie weit waren sie? Vielleicht kommen wir hier rüber. Ist nicht zu sehen. Na gut. Ah, super. Jetzt hält er da wieder Wache. Ähm. Aber wir haben ja... Wir haben ja was zu schmeißen. So ist das ja nicht. Hey, hast du das nicht gemerkt? Oh, Mann, du... Nein! Nein! Habt ihr mich richtig wütend gemacht? Habt ihr euch endlich? Ja. Oh, Mist. Ja, warum schmeißt der denn auch mit sowas jetzt? Dacht ja, nur keiner rechnen können mit. Okay. Gut. Voraus versuchen wir das nochmal. In aller Ruhe. Was? Ist da noch irgendwas zum Antreten hier? Leider nein. Ich, äh... Ich, äh... Hier ist nichts. Ich krieg ihn ja auch nicht dabei gebracht, dass er die, ähm... Dass die Fackel ausgeht, ne? Was können wir nicht nehmen? Wo sollen wir denn durch? Das ist die große Frage. Wir haben doch die... Unseren Tonkrug haben wir ja noch hier. Ähm... Was machst du da? Und schon wieder. Ich seh lieber nach. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wo wir durch müssen. Nichts? Da macht sich jemand auch meine kostenlostig. Ja, bestimmt. So, wo müssen wir durch? Wir müssen wir durch die Ratten oder durch die Tür? Höchst. Mist. gut er ist weg okay problem hilft uns jetzt nicht weiter wir wissen nicht wo wir hin sollen aber den typ haben wir schon auf dem weg mit gehen wir mal hier weiter ich weiß nicht weitergeht ja ich schon richtig wo geht es denn weiter also da kommen wir nicht weiter da kommen wir nicht weiter das ist ja großartig haben wir irgendwo was wir sehen was denn das ich sehe nichts außergewöhnliches legen wir den noch mal schlafen gut der ist weg das ist schon mal sehr gut okay so kommen wir hier raus nee wo kommen wir denn weiter ab da unten durch da unten durch ist da jemand wegen da kann ich nicht schmeißt dass sie mal hin war aber so wozu sollte ich eine fackel mitnehmen ich weiß es nicht nehmen die war eine mit so haben wir keine ahnung was ist da unter nicht hinsehen nicht hinsehen bloß nicht hinsehen ich muss an meinem glauben festhalten das jetzt sehen wir hier drüben ach so wir müssen warte mal müssen wir da weiter oder hier weiter ist die frage da kommen wir auf jeden fall nicht über gesprungen das wird nichts werden müsste ich zurück kann ich das na gut die fressen doch gehen wir noch mal zurück und holen wir fix noch eine fackel nehmt meine fackel mit und zurück ist ja ekelhaft widerlich mein lieber mann soll das eine kiste das war es gerade noch soeben meine güte noch gerade ebenso ja schau mal lieber nach weiß ja nicht jetzt könnte auch irgendwie eindringlich sein ist wir haben kein ein war nichts gar nichts wo sollen wir denn hin gehen wir doch mal vorsichtig hier rüber und sagen ihm hey da hätten wir das lassen wir haben das geliehen das erste mal war schon mehr als genug bloß nicht erwischt werden geschafft aber den gestand werde ich nie vergessen was war geschafft dass wir da durch sind ja gut das ist schon mal super das ist mir unheimlich viel zu stelle hier wo war der da ist noch was war nicht ich denke mal früher oder später werden wir gegen diesen inquisator inquisator typen da die universität na bitte weiter wo da ja da ist sie gut wir sind fast da fast da aber wie das weiter geht das seht ihr in der nächsten folge ich sag vielen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüssi